Wir begrüßen nun die Startnummer 79, Andrea Schneider vom Reitverein St. Georg Kebler mit Sebelius Rohl. Sebelius ist ein 6-jähriger Vorstander, weil auch von Sebelio, mütterlicher Seite, Animo. Züchter ist Uwe Hansen, Besitzerin Andrea Schneider. Du hast ja auch mal abgetaucht. Viel Glück noch. Tschüss. Mach einen Gruß. Mach einen Gruß. Die Wertquote für Antwerp Schneider vom Reitverein St. Georg Kebler mit Sebelius Rohl 7,7.